Hey Freunde, was geht ab? Ich weiß es doch. Ihr habt es mir dauernd in die Kommentare geschrieben, ich soll mir ein neues Auto in Notruf Hamburg kaufen. Okay Freunde, dann werde ich mir in diesem Video ein neues Auto kaufen. Ihr habt den Titel vielleicht schon gelesen, ich werde mir das hässlichste Auto in Notruf Hamburg kaufen. Und solange ich noch nicht beim Fahrzeugladen bin, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das hässlichste Auto in Notruf Hamburg ist oder welches ihr am hässlichsten findet, Freunde. Also ich muss sagen, da sind schon ein paar dabei, aber gut, das werden wir jetzt gleich sehen, Freunde. Ich habe dieses Auto jetzt schon mal grün gemacht und ich muss sagen, in grün gefällt es mir auch nicht so gut. Also Ansage geht raus an die Grove Street. Nein, Spaß. Also in grün finde ich das Auto tatsächlich wirklich nicht so schön, aber es gibt andere grüne Autos, die sind natürlich sehr nice. Aber ja, der VW Passat gehört da nicht zu, aber das ist nicht das hässlichste Auto. Wir wollen das hässlichste Auto kaufen und wir wollen es auch direkt am hässlichsten machen. Und ich weiß gar nicht, ob das hässlichste Auto nicht direkt von Werk aus mit der hässlichsten Lackierung geliefert wird, Freunde. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich parke mein Auto. Hier kommt es eigentlich egal, wie ich das parke. Wir gehen rüber zum Vehicle Dealership, also zum Fahrzeugladen, Freunde. Und hier sind schon echt ein paar schöne, schöne Autos dabei. Ihr wisst ja, ich habe nur knapp 50.000 Euro, also gar nicht so viel. Da muss ich mal reinschauen, ob ich mir das Auto überhaupt kaufen kann. Hier sind auf jeden Fall einige Autos dabei. Und ich sage mal so, damit kann ich mir auf jeden Fall ein Auto leisten, was ich ziemlich hässlich finde. Und zwar den Wolfsburg Karin oder Karin, keine Ahnung. Oder den Stuttgart Kasten, liebe Freunde. Und ich finde beide richtig hässlich. Aber, Freunde, den Stuttgart Kasten, den finde ich nochmal viel schlimmer, Freunde. Der ist so hässlich. Der ist so schlimm. Der ist nur 30, äh, der hat nur 30, ja, Horsepower mehr, Alter. Wie schlecht ist das denn als der Passat, Freunde? Wir kaufen ihn und wir spawnen das Auto direkt. Oh mein Gott, es wird direkt in gelb gespawnt, Freunde. Hässlich, hässlich. Richtiges Schmutzauto. Also wirklich, Schmutzkarre hoch 10. Na, da helfen diese, ähm, dieses Glasdach. Hilft da auch nicht mehr, Freunde. Üh, hässlich. Und da liegt einer rum, der ist schon gestorben, weil das Auto so hässlich ist, Freunde. Aber okay, wir fahren jetzt damit zum Fahrzeug, ja, zur Fahrzeuggarage, zum ADAC und lassen uns erstmal blitzen. Sehr gut. Und schauen natürlich dann mal, ja, ob wir das Auto noch irgendwie ein bisschen hässliger kriegen. Also mit Gelb ist es schon, finde ich, Endgegner. Muss ich einfach sagen, wir parken hier natürlich rückwärts ein mit dem Bus. Es ist halt ein Bus, ja, Freunde. Ein Bus ist eigentlich nicht schlecht. Es ist zwar ein Mercedes-Bus, aber, Freunde, Mercedes, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Also, Freunde, einmal in Schwarz. Wie sieht das aus? In Schwarz, hm, finde ich, geht eigentlich, weil man da nicht so viele Konturen sieht. In Blau muss ich sagen, ja, ist auch noch okay. Braun sieht sowieso eher nicht so schön aus bei Autos, finde ich. Wenn das nicht vor allen Dingen matt ist. So, Grün geht gar nicht bei dem Auto. Grün ist aktuell auf jeden Fall auch mit einem hässlichsten. Orange auch ganz wild, auch sehr hässlich. Lila, okay, ist auch hässlich, aber da das so dunkel ist, erkennt man die Konturen nicht mehr so gut. Rot das gleiche Spiel, auch die Konturen sieht man nicht mehr so gut. Grau auch schlimm, aber geht noch. Weiß finde ich jetzt auch sehr schlimm. Und Gelb, Freunde, also wir haben die Wahl zwischen Gelb, Grün und Orange, Freunde. Was findet ihr davon am hässlichsten? Also, Freunde, ich muss sagen, ich gehe mit Gelb hier raus. Das ist wirklich ganz schlimm. Komm, Polizei, wollt ihr mich verhaften? Ich stelle mich. Ich stelle mich. Ich habe so ein hässliches Auto. Komm, ich stelle mich. Ich habe so ein hässliches Auto. Ich muss verhaftet werden. Bleib hier. Bitte, ich stelle mich doch. Ich habe so ein hässliches Auto. Ich muss verhaftet werden. Oh mein Gott, die Polizei will mich auch nicht haben. Komm, nimm mich mit. Verhaftet wegen hässlich. Bitte. Oh, jetzt wurde sie getasert. Dann boxe ich ihn jetzt einfach. Vielleicht kann ich ihn totboxen. Vielleicht kann ich ihn totboxen. Er haut ab. Er haut ab. Er haut ab. Oh mein Gott. Jetzt haben wir Wanted. Ja, jetzt haben wir ihn Wanted, weil das Auto so hässlich ist. Okay, vielleicht wären wir kriminell damit. Hey, jetzt hält er da hinten an. Jetzt braucht er mich auch nicht mehr mitnehmen. Freunde, der Zug kommt und er soll das Auto zerstören. Komm, zerstör das hässliche Auto. Mach, dass es kaputt geht. Mach es, dass es zu Ende ist. Und das Auto. Das Auto ist noch heile. Und ich bin tot. Das Auto ist verflucht, Freunde. Oh mein Gott, es ist verflucht. Freunde, mein Auto ist so hässlich. Es kam nicht mal ein Sanitäter, um mich wiederzubeleben. Deswegen musste ich einfach neu joinen, Freunde. Aber, alle guten Dinge sind drei. Von wo kommt der Zug? Von da hinten. So, runter. Und jetzt. Nimm ihn mit. Mach, dass es zu Ende ist, Zug. Komm. Oh nein. Einmal einsteigen. Ach, ist nichts passiert. Und wir haben sogar unsere Wanteds verloren. Dann versuchen wir es einfach mal so bei der Polizei. Freunde, ich mache jetzt einen Polizeinotruf. Ich stelle mich. Mein Auto ist so hässlich. Das ist ein Verbrechen. Mal gucken, ob da jemand kommt. Hallo Officer. Können Sie mich bitte festnehmen? Da ist noch einer. Hallo, können Sie mich festnehmen? Mein Auto ist so hässlich. Okay, Freunde. Es scheint zu ignorieren. Oh, nee. So wollen Sie sich erst mein Auto anschauen? Oh mein Gott. Dann muss ich jetzt hier handgreiflich werden. Und einen Cop angreifen. Vielleicht kann er mir dann helfen. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, ich habe den Polizisten umgebracht. Aber mir geht es auch mit dem Auto überhaupt gar nicht mehr gut. Da kommt der neue Cop. Hallo, mein Auto ist so hässlich. Bitte verhaften Sie mich. Komm, verhaften Sie mich doch. Verhaften Sie mich. Okay, er will schon Cookie essen. Ich habe keine Waffe. Ich glaube, der Cop ist auch überfordert davon, dass das Auto so hässlich ist. Kann doch nicht sein. Oh mein Gott, alle wollen hier nur rumträumen. Was machen die? Warum nehmen die mich nicht fest? Ich habe keine Waffen. Der hat sogar daneben getasert. Mann, ich... Was machen die hier? Ich habe mittlerweile schon vier Sterne. So hässlich ist mein Auto auch nicht, ey. Oh mein Gott. Das Auto ist so hässlich, dass da jetzt umgefallen ist. Oh mein Gott, ich habe schon vier Wanteds. Bitte verhafte mich. Mein Auto ist so hässlich. Es ist eine Straftat. Freunde, ich habe eine Idee. Wenn die mich nicht verhaften wollen, weil das Auto so hässlich ist, dann muss ich jetzt den Grund zerstören. Freunde, ich werde das Auto zerstören. Ich werde es komplett kaputt machen, sodass mir das noch nicht mehr zu Lasten gelegt werden kann, Freunde. Ich mache das Auto jetzt kaputt, ey. Ich fahre jetzt überall gegen. Wenn der Zug es nicht kaputt machen kann, dann mache ich das eben. Und da habe ich die perfekte Idee, Freunde. Wir müssen hier nur einmal, ein einziges Mal, müssen wir nur richtig Anlauf nehmen, Freunde. Und dann werden wir hier über den Kreisverkehr rüberspringen, Freunde. Let's go. So, und Sprung. Hä? Oder auch nicht. Na gut, dann suchen wir uns halt ein anderes Ziel. Wir fahren jetzt einfach Vollspeed geradeaus gegen die Mauer, okay? Und? Ja, das hat doch schon ein bisschen das Auto kaputt gemacht. Das ist sehr gut. Es ist so hässlich, Freunde. Gelb auf diesem Bus. Das geht gar nicht. Okay, ich glaube, wir werden es komplett zerstören. Und dann werden wir das im Wasser versenken. Also wir fahren jetzt nochmal hier gegen den Zaun. Boah, sehr gut. Okay, jetzt kriege ich auch schon die Nachricht, das Auto ist schon so kaputt, dass ich zum ADAC muss. Aber das ist genau mein Ziel, ja? Okay, die Sonne geht unter. Oder geht die auf? Ich glaube, die geht auf, Freunde. Wir fahren hier natürlich an der Seite lang. Nutzen natürlich die Gelegenheit, hier nochmal gerade gegenzufahren. Boah, ja. Das sieht gut aus. Sehr schön. Oh, wir haben mittlerweile unsere Warneds auch verloren. Die Polizei will einfach uns nicht festnehmen, weil wir so ein hässliches Auto haben. Da haben die sich lieber verprügeln lassen, als uns festzunehmen. Crazy. Die haben anscheinend eine sehr besondere Geschmacksverirrung. So, hier nochmal gegen gehauen. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Leben. Ich glaube, wir können das... Wollen das einmal Vollspeed gegen das Schiff fahren. Genau, dass das dann runterfällt. Also wir nehmen von da hinten einmal Anlauf, Freunde. Diese Karre, die braucht ja auch ein bisschen. Also einmal vor den Blitzer wenden. Und jetzt Vollgas geben direkt, Freunde. Nicht mehr auf die Bämse drücken. Und jetzt geht es volle Wucht gegen das Schiff, Freunde. Let's go. Wir versenken das Auto. Bam. Es ist kaputt. Das Auto ist nicht versenkt, Freunde. Ziel ist noch nicht erledigt. Das Auto ist aber jetzt komplett Schrott. Jetzt müssen wir es runter schubsen, Freunde. Es sieht schon mal sehr gut aus. Schaffen wir das? Nicht mal das schaffen wir, Freunde. Nicht mal das, Freunde. Was soll ich sagen? Dieses Auto ist einfach unzerstörbar. Es ist so hässlich. Es geht nicht mal kaputt, Freunde. Ich würde sagen, wenn ich mir jetzt mal ein vernünftiges Auto kaufen soll, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, welches Auto ich mir kaufen soll. Bis dahin würde ich sagen, schau es dir jetzt am besten das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.